Er ist da, er ist da. Super, super. So, wenn ihr mal gucken wollt, das ist der Nils. Und der Nils geht seit ungefähr zwei Jahren zur Musikschule. Sautreuer. Er hat sich diese Woche ein neues Fahrrad gekauft. Schweineteuer. Ich bin gleich zurück, ich hol mal was. Moment. So Leute, ich hab euch jetzt hier vorne mal meinen Geigenkasten hingelegt, weil wir ja keinen Hut dabei haben. Aber ihr wisst, was ich euch damit sagen will. Also wenn es euch richtig gut gefällt und ihr das geil findet, was der kleine Nils da hinten gleich spielt, dann holt die Kohle raus und haut sie da rein. Es ist für einen guten Zweck, für seinen Musikunterricht, für sein neues Fahrrad. Und Papi fängt schon mal an mit dem Zwanni. Was hältst du von Nils? Ist okay? Zwanni ist okay, sagt er. So, wir spielen natürlich einen Song für alle Linendänzer, der Acky Freaky Heart. Und dann? Und dann? Musik 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 Don't tear my heart My achy, breaky heart Just don't take it I understand And if you tear my heart My achy, breaky heart You mighta go over To this man Don't tear my heart My achy, breaky heart I just don't take it On a step And if you tear my heart My achy, breaky heart You mighta blow up And kill this man You mighta don't let go Lock it all Musik 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 Musik